ich glaube ich könnte schwören dass ich diese spiele durch zocker bis zum geht nicht mehr her was möchte ich nicht machen ich baue jetzt irgendwas wo ich gar nicht was das machen will dach will ich fertig machen nein ja 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 so man muss schon mal gleich mal drei kabel stone spitz hatten eine gleich für den benutzt zwei äxte weil ich habe ja noch eine und dann noch natürlich zwei schaufeln weil ich hier noch eine hat es wird bei mir alles aufgebraucht ist die ich bin so ein so ein so ein konsum berater und der andere leute dazu bringt Prozent sparsamer mit seinem ganzen Scheiß umzugehen Prozent Jahr was gibt es denn hier noch was ich machen könnte ich habe keine Schwerter mehr ach du schon ich habe keine Schwerter mehr das ist ein kleineres Mann ich mache mir gleich Nummer 4 die zwei Stickies benutze ich dann einfach für noch mehr Fackeln so und den Rest paar nämlich mit so und den Rest tun wir jetzt hier schon mal für unsere Prozent Prozent erste für den für den ersten Stock hernehmen und den Rest tun wir schon mal für unser erstes Bett hernehmen weil wir jetzt mich heier 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 machen nach die mit schönen Sonnenuntergang Blick mal gucken ob ein Zimbi kommt natürlich nicht ich lasse mir erst mal hier so Holz sammeln wir brauchen mehr Holz ich glaube hier bauen wir dann ja hier bauen wir dann eine Tür rein weil wir dann hier den ja äh Gewächsgarten ich lasse jetzt einfach mal Gewächsgarten dann anbauen so ich mache jetzt hier nur schon mal Holz hin weil ich hier dann Holz hin komm weil wenn ich jetzt hier dann wieder äh den Boden rausräume dann fickt er mal die Tür weg und das ist immer so Scheiße na ich habe schon wieder das böse Wort benutzt Gott strafe mich Au nein das war natürlich ich selber ne aber auf die Hände natürlich versteht sich ne ja die Axt wird sowieso auch gleich drauf gehen wie ich gerade sehe circa jetzt ha man bin ich gut im Schätzen ich glaube ich schätze den Weltuntergang jetzt bevor äh circa ähm 21.12.3070 nochmal husten sorry na 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 sorry ich bin einfach krank und ich glaube ich höre mir dann einfach mal später irgendwie was zu trinken oder so weil immer wenn ich rede dann fängt es an zu jucken wisst ihr mich mal das ist unangenehm ein Let's Player darf nicht krank sein abgesehen im Hirn aber 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 doch nicht im Inneren im Inneren zählt es nämlich dass ein Let's Player erfolgreich wird naja äh jetzt nehmen wir erstmal die Datwene Schwarz hier mit uns weil hier unten könnten wir dann eigentlich den Bauernhof hinbauen also wenn man jetzt sich die ganzen Bäume hier weg vorstellt also jetzt natürlich nur hier bis dahinter da wo das Schaf gerade ist dann könnte ich mir äh könnte ich mir eigentlich gut vorstellen dass dort äh unser süßes Bauernhäuschen hinkommt ja wie sieht da schließlich die Bauern nee die sich ja klar wir müssen Milch machen von Almette mit mir dadurch dann Joghurt machen können nicht Spaß ich möchte dann auch diese Staffel mal ausprobieren ich weiß nicht ob ich dann wirklich mache ich habe viel versprochen in der ersten Staffel habe es noch nicht gemacht ich habe gesagt dass ich noch ein äh das den Gartenausbau in den Gartenausbau bei 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 beim ersten Haus das habe ich immer noch nicht eingehalten Gott bestrafe mich noch mal Tschuldigung ah ich verliere äh Leben träum weiter ich verliere Essensanzeige ah ich muss Gammelfleisch essen das kommt mir nicht gut das schadet mein Image ich oute mich gerade voll ihr werdet jetzt hier sagen du isst Gammelfleisch natürlich was soll ich sonst machen ich habe keine anderen Hobbys Grins Grins so haben wir schon mal 8 8 8 8 8 10 wenn wir dann noch äh Eisen finden sollten dann könnten wir auch dann schon mal einen Eimer machen so weit möchte ich es sein weg mit euch schert euch zum Teufel jetzt brauche ich auf jeden Fall mehr Erde nehme ich mir jetzt einfach mal da irgendwie ein bisschen Matera naja klar dass diese die Schaufel gehen hier übelst schnell kaputt das kostet mich an so so dann tun wir wenigstens schon mal hier ein bisschen begradigen Sonne Mitte das war jetzt eine komische Abkürzung andere Musik nein dann war doch einfach diese Musik sie beruhigt mein Herz und Seele Ikea macht's womöglich nach Warnia die Gammel L.P. Leia ich bin ja ich ein Bach runterziehen lassen wie damals in meiner ersten Staffel beim ersten Haus Mann Mann also Samen haben wir schon mal genügend das sehe ich ich habe ich auch gerade eine Potzblitz Idee bekommen und zwar lassen wir dann hier rüber bauen und dann dann stangenmäßig mit diesen Zeilen dann runter bauen als wären das die Stützpfeiler ich glaube aber ihr wisst was ich meine so ähnliches habe ich ja eigentlich ja so ähnlich habe ich habe ich es ja meiner nein ich habe es genauso bei meinem ersten Haus gemacht habe ich ja auch beim letzten Stock oben habe ich ja ebenfalls rüber gebaut und dann runter gemacht eigentlich habe ich ja auch nur gesagt dass ich dann Möbel rein tu in die Wohnungen habe ich aber anscheinend doch nicht mehr vor das dürft ihr machen die Welt ist ja schließlich zum Downloaden bereit Link steht wie immer in der Beschreibung weiß nicht ob ich das gerade drin habe ich weiß nicht welcher Part das jetzt gerade ist mir kommt es gerade vor als wäre es ungefähr Part 2 oder 3 darf ich wieder ganz so neu anfangen zum Teufel und ich erhoffe mir auch diesmal mehr Abonnenten weil ich habe schon bemerkt seitdem ich in Minecraft gecheatet habe habe ich weniger Abonnenten bekommen beziehungsweise ich habe gar keine mehr bekommen ich stehe seit ich glaube zwei Wochen oder drei Wochen trocken finde ich scheiße weil früher war ein anderer Let's Play Kumpel mit dem ich auch Let's Play Together mache erstmal schöne Grüße an Marcel Zockt ne es ist der Kollege Marcel Zockt heißt der halt und der war ich glaub ja 20 Abonnenten oder so hinter mir und jetzt ist er 40 Abonnenten oder so vor mir das ist bitter und peinlich aber nicht für mich natürlich ist es für mich ein wenig peinlich naja aber ich bin schon eigentlich sehr zufrieden was mein Abonnenten angeht sprich fuma dich habe ich immer gern Prozent und meinen anderen beispielsweise Mebel Mister Felix von denen höre ich jetzt eigentlich weniger aber wen noch ja natürlich sind auch neue jetzt dazu gekommen den möchte ich natürlich auch danken und ja macht weiter so schön daumen hoch geben abonnieren habt ihr ja glaube ich schon also wenn ihr meine Abonnenten ja schon seit dann müsst ihr das nicht mehr machen abgesehen von kommentieren abonnieren da hast du schon wieder gesagt fail außer von kommentieren und daumen hoch geben und favorisieren so jetzt ich sollte mal ich hab noch mal schon mal überlegt ob ich mir mal so ein gewinnspiel machen soll wo ja berühmte youtuber erfahren soll beispielsweise erraten soll so soll ich sagen die sagt sie immer beim Prozent mein kräftete hier mein kräftige nächstes dann sagen würde müsste ich sage dann zum Beispiel bei meinen Prozent 200 Abonnenten special zum Beispiel dass sie das erraten soll dann gibt es halt äh oder so eine scheiße beispielsweise ich weiß nicht ich glaube ich mache aber keine äh GV am 200 Abonnenten special äh wir müssen zum Beispiel auch erraten wenn ich zum Beispiel sagen würde Hallöchen Popöchen und dazu noch dann äh Yoho Minecraft Freunde und dann noch ein paar andere wenn ihr die dann alle richtig erraten habt da gibt es zum Beispiel oder halt dann will ich halt denjenigen aus natürlich mache ich das alles fair ja und so sieht es dann aus mein special sag ich mal ja so ii Gras kann man gleich weg rauchen ein Insider hä ne 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 nehm ich mir einfach da weg so schadet der Umwelt auch nicht hoffe ich so so das wird jetzt dann hier schon mal Gewächs Häuschen und Co ha reicht natürlich nicht da brauche ich ein wenig mehr ein wenig das war jetzt so irgendwie übertrieben gesagt so noch mal einfach 62 und Gullis wir verpassen das in 6 Reihen ja zehnmal wenn ich jetzt gut gerechnet habe 1 2 3 4 4 5 7 Stop 10 1 5 6 7 8 9 10 ne mehr also besser werden ungefähr 2 übrig wenn ich jetzt richtig gerechnet habe ja hey ich kann rechnen mama Esto es gehört ich kann rechnen so 1,3 ich brauche nur 1,2,3 das heißt einer könnte übrig bleiben das ist ja voll kacke ja gib mir den Beat 5XL Beats Minecraft Staffel 2 du weißt Bescheid oh oh ich brauche auf jeden Fall mehr mehr, mehr, mehr obwohl wir könnten uns gerne mal so ein Gartentürchen machen wie geht denn der, ah stimmt sogar jetzt gehen wir aber erstmal Haia Haia machen so gut ausgeschlafen hoffe ich mal dann können wir nämlich das hier weg machen und dann können wir nämlich das andere einsetzen das hier, dann können wir nämlich hier mal durch praktisch, praktisch jetzt haben wir nämlich drei 1,2,3 schau wie original ich das jetzt hingebracht habe so ja jetzt haben wir hier wenigstens schon mal hier kommt mal Weizen am Pflanzen da drüben Melonen und da ist hier muss ich eigentlich nix holen hier kann ich mir dann meinen Zucker, äh Rohrzucker holen so komm, da pflanzen wir uns jetzt auch eins rein mmmm, yum 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 lecker äh, dann können wir uns gleich mal zwei uah, kohlensäure schon wieder immer wenn ich das fähe, muss ich beinahe rülpsen klingt komisch ist aber so sooo, und jetzt gucken wir mal in die äh, Höhle wieder rein, weil ich musste hier, ähm